Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute begrüße ich euch zu einem vielleicht etwas polarisierenden Video, denn ich stelle euch heute ein Messer vor von der Firma Furagier und zu Furagier habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Zum einen bin ich der Meinung, dass sie qualitativ sehr hochwertige Messer fertigen und dazu noch zu einem unschlagbar günstigen Preis. Das sei ihnen unbenommen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch unangenehm aufgefallen, indem sie ganz dreist Logos von anderen Firmen oder von bekannten Messermachern kopieren und auf ihre Clones platzieren. Vielleicht zur Vorgeschichte. Die Firma Gearbest hat mich mal wieder angeschrieben, ob ich nicht wieder was für sie vorstellen möchte. Ich tue mich da mal so ein bisschen schwer bei Gearbest so das Richtige zu finden und ich habe eine ganze Zeit lang durch geblättert, bis ich dann eben auf dieses Messer gestoßen bin, was mich zunächst vom äußeren Erscheinungsbild an ein anderes hochwertiges Custom Taschenmesser aus dänischer Produktion, sage ich jetzt mal erinnert hat, nämlich an das Monte Carlo von Jens Anso. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich das Original besitze. Ein original Monte Carlo von Jens Anso. Hierbei handelt es sich um die einfachste Version seiner Messer, aber schon diese einfache Version schlägt mit etwa 600 bis 650 Euro zu Buche. Dieses Messer hier liegt etwa knapp über 20 Euro. Das heißt, ich bekomme 30 Messer von diesen für eines dieser Custom Taschenmesser von Jens Anso. Und ich war jetzt einfach neugierig darauf, dieses günstige Messer hier einmal kennenzulernen. Und wenn es euch genauso geht, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, in dieser unscheinbaren Schachtel wird das Messer geliefert. Und als ich das aus dem typischen Luftpolsterbeutel aus China heraus geschält hatte, da habe ich zunächst gedacht, das ist ja wirklich ein sehr kompakter Karton. Aber das Geheimnis hat sich schnell gelüftet, als ich den Karton geöffnet hatte. Da hatte ich dieses kleine Messerchen in der Hand. Deutlich, deutlich kleiner als das Monte Carlo. Ich würde mal sagen, um ungefähr zehn Prozent geschrumpft und im direkten Vergleich gar nicht mehr so ähnlich, wie es zunächst auf den Bildern erschien. Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn wir uns hier die Platinen einfach mal anschauen, wie sie geschnitten sind, dann ist natürlich im ersten Moment eine Ähnlichkeit zu erkennen. Aber gucken wir mal auf die Details, dann sieht man schon, dass es hier nicht eine eins zu eins Kopie oder zumindest eine verkleinerte eins zu eins Kopie der Platine ist. Denn sie unterscheidet sich eben in diesen Details doch schon deutlich. Von oben erkennen wir dann einen weiteren Unterschied. Das Voragiermesser hat keinen Backspacer, sondern nur zwei Abstandshalter. Diese sind wahrscheinlich aus Messing. Und was wir dadurch dann eben auch nicht haben beim Monte Carlo, ist die Fangriemenöse hier in den Backspacer eingearbeitet, während wir beim Voragiermesser nur einen einfachen Durchbruch durch die beiden Titanplatinen haben. Wohlgemerkt, Titanplatinen und dazu noch sehr schön anodisierte Titanplatinen, wie ich finde. Es scheint so, dass Voragiermesser das Titan einmal Stone gewasht. Sagt man das so im Deutschen? Also einem Stonewash unterzogen hat und danach anodisiert. Und wie gesagt, ich finde diese blaue Anodisierung sehr schön. Da braucht man auch keine Angst zu haben, dass mal irgendwie ein kleinerer Kratzer draufkommt. Mir gefällt das sehr gut. Dann schauen wir jetzt erstmal auf die Klinge. Eine Schafsfußklinge, ähnlich wie bei Monte Carlo, aber eben nur ähnlich. Auch diese hat ein Stonewash Finish. Die Schneidphase ist dann anpoliert. Das Messer kommt werkseitig sehr sehr scharf. Die Klinge soll aus S35VN bestehen. Hier ist keine Bezeichnung auf der Klinge selbst zu finden, was den Klingenstahl angeht. Nur der Fuhrer Gia Schriftzug, der meiner Meinung nach eher hässlich ist und auf den ich gut und gerne verzichten könnte. Ich bin der Meinung, dass Fuhrer sich hier einfach mal ein vernünftiges eigenständiges Logo ausdenken sollte, dass sie dann eben auch auf all ihre Messer aufbringen und somit auf den Gebrauch von Fremdlogos vollständig verzichten könnte. Schauen wir uns jetzt beide Klingen nochmal im Vergleich an. So erkennt man auch hier leichte Unterschiede. Dieser berühmte kleine Huckel hier, diese kleine Nase auf der Monte Carlo Klinge haben wir hier eben nicht. Hier verläuft das Ganze in einem Halbkreis und auch der Nagelhau unterscheidet sich von der Art und von der Position. Ich finde immer noch, dass die Klinge des Monte Carlos irgendwas Raubvogelartiges hat. Erinnert mich so an einen Adlerschnabel mit zusammengekniffenen Augen. Dann natürlich diese tolle längs handsatinierte Klinge von Jens Anso, während wir hier eben dieses schon angesprochene Stonewash Finish haben. Hier nochmal der Blick von oben auf beide Klingen. Beide Klingen sind recht kräftig. Ich schätze mal, das müssten so um die drei Millimeter sein. Ich werde das unten nochmal nachtragen. Ein weiterer Unterschied offenbart sich, wenn man die Klinge ein- bzw. ausklappt. Das funktioniert beim Fuhrer nämlich vollkommen ohne Stopp und sehr sehr leicht. Sowohl das Aus- als auch das Einklappen funktioniert sehr gut einhändig, wie ihr hier erkennen könnt. Und das Messer macht im Handling sogar Spaß. Hat so ein bisschen Sofa-Potenzial. Allerdings eben auch den Nachteil, dass es bei unsachgemäßer Anwendung auch schnell einklappen kann. Und dem muss man sich durchaus bewusst sein, wenn man mit diesem Messer arbeiten möchte. Das Monte Carlo besitzt dagegen einen eher definierten Klingenlauf. Auch hier ist es nicht besonders schwierig, die Klinge zum Einklappen zu bringen. Aber man erkennt einen deutlichen Unterschied zum Fuhrer-Messer. Auch ist es deutlich schwieriger, das Monte Carlo einhändig zu öffnen. Das ist ein sehr großes Gefummel und durch den Halbstopp nicht ganz so einfach wie bei dem Fuhrer-Messer. Woran liegt das Ganze jetzt? Beim Monte Carlo haben wir auf beiden Seiten Stahleinlagen. Und die Stahleinlagen sind so geschnitten, dass eine leichte Federspannung aufgebaut wird. Und am Ende dieser Einlagen befinden sich dann kleine Detent-Balls, die dann auf die Klingenwurzel drücken und sie offen halten. Das gleiche Prinzip wendet auch Fuhrer an. Allerdings haben sie nur auf einer Seite, nämlich hier unten. Ich fürchte, das lässt sich hier im Video jetzt nur sehr schwer einfangen. Jedenfalls haben sie hier nur im unteren Bereich diese Stahleinlage und es drückt eben auch nur von einer Seite dann eine Detent-Kugel auf die Klingenwurzel. Und das führt eben dazu, dass der Klingenlauf hier wesentlich leichter ist und das Fehlen eines Zwischenstops macht das Öffnen und Schließen der Klinge mit einer Hand eben wesentlich einfacher als bei Monte Carlo. Und hier noch der obligatorische Vergleich mit meinem Victorinox Pioneer. In diesem Vergleich zeigt sich, dass das Fuhrer ein sehr sehr kompaktes Messer ist. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir sehr sehr schwer dieses Messer zu verfluchen und in irgendwelche Flüsse zu schmeißen. Auch wenn ich die Leute verstehen kann, die auf Fuhrer nicht gut zu sprechen sind, da sie eben über das Ziel hinausschießen bei einigen ihrer Messer. Dadurch, dass sie eben Logos anderer Hersteller verwenden und damit eben für mich schon die Schwelle zu einem Fake betreten haben. Ich kann nur an Fuhrer aber auch an Gearbest appellieren, dass sie so etwas sein lassen sollen. Fuhrer hat es einfach nicht nötig, westliche Designs einfach abzuklöppeln. Wie die Messer, die ich bisher von Fuhrer in der Hand hatte, mir zeigen, sind sie in der Lage, qualitativ hochwertige Taschenmesser zu bauen. Das einzige, was sie jetzt noch brauchen, ist ein eigenständiges Design. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass bei diesem Messer hier zwar Designanleihen zum Monte Carlo von Jens Anso nicht zu verleugnen sind, es aber wirklich nur Anleihen sind. Das hier ist keine 1 zu 1 Kopie, auch keine geschrumpfte 1 zu 1 Kopie und Fuhrer verzichtet hier dankenswerterweise bei diesem Messer auf den Anso Schriftzug, sondern hat ihn durch diesen doch recht plumpen und hässlichen Fuhrer Gear Schriftzug ersetzt. Persönlich gefällt mir dieses Messer sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich stehe eher auf kleine und kompakte Messer und das hier ist eben ein kleines und kompaktes Messer mit einer Gesamtlänge von 13,5 cm. Passt es in die kleinste Tasche, sei es nun in die fünfte Jeans Tasche oder wie bei meinen Joker Jeans in die kleine zusätzliche Messer Tasche. Das verschwindet einfach und ihr habt es auch gemerkt, dieses Messer verzichtet komplett auf einen Clip. Für mich überhaupt kein Problem, weil es eben so klein ist und relativ leicht verschwindet es einfach in der Hosentasche und macht das Arbeiten mit dem Messer sogar noch angenehmer. Mich stören Clips, seien sie auch noch so gut gemacht. Da passt meistens die Handlage dann nicht mehr. Irgendwo hat man dann doch Druckstellen und da gefällt mir ein Messer ohne Clip deutlich besser. Dann kommt eben noch die coole Farbe dazu. Dieses Blau mag ich eben auch sehr gerne und das Spielen mit dem Messer macht Spaß. Es ist genau das Ding, was ich in der Hosentasche haben möchte. Das heißt natürlich nicht, dass ich auf mein Monte Carlo verzichten möchte. Das ist sozusagen eines der Messer, das mich wahrscheinlich auch so nicht wieder verlassen würde. Es sei denn, ich entscheide mich irgendwann nochmal für ein anderes Monte Carlo. Letztendlich müsst ihr es natürlich entscheiden. Ihr habt hier bei Gearbest die Möglichkeit, ein Messer für gute 20 Euro zu bekommen, das sicherlich in der Lage ist, als kleiner täglicher Begleiter und sei es eben als Backup Messer, alle kleineren Schneidaufgaben des Tages mit Bravour zu erledigen. Ich habe das Messer jetzt so für zwei, drei Wochen getestet. Ich hatte es mit auf die Arbeit, habe mir damit mein Obst geschnitten, habe Briefumschläge geöffnet, kleine Pakete. All das war überhaupt kein Problem. Man muss sich eben nur im Klaren sein, dass man es hier mit einem nicht verriegelnden Messer zu tun hat. Aber das schärft eben auch nochmal die Sinne und verhindert, dass man eben mit einem Messer allzu sorglos umgeht. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Was sagt ihr einmal zur Firma Fura selbst und wie gefällt euch dieses Messer? Würdet ihr dieses Messer für euch kaufen als kleines günstiges Taschenmesser oder lehnt ihr sowas vollkommen ab? Unterstützt ihr das Ganze nicht, weil ihr sagt, euch ist das einfach zu nah am Original. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!